Ein Toilettenwaschraum mit Waschbecken, Spiegel und einer jungen Frau, die sich schminkt. Aber der Spiegel ist kein Spiegel, sondern eine Glasscheibe. Hinter der Glasscheibe gibt's den gleichen Waschraum nochmal, Spiegel verkehrt natürlich. Und die junge Dame, die Sie hier sehen, das ist nicht eine junge Dame, sondern ein Zwillingspaar. Mit einer Schwester hinter der Scheibe und einer davor. Oh, das ist kein Spiegel. Doch, also sehe ich mich da nicht. Kann ich auch nicht dafür. Das ist ja seltsam. Sehen Sie mich im Spiegel? Also ich kann Sie sehen. Ich Sie auch, aber... Das ist ja krug. Und sich selber sehen Sie aber nicht. Doch. Aber ich sehe mich da nicht. Wohl zu viel Dreckpillage sehe ich. Sehen Sie mal da hin und gucken Sie, ich gucke mal da. Ich sehe Sie, aber mich nicht. Und jetzt sehen nur Sie mich nicht. Also ich kann Sie sehen. Ja, ich sehe auch. Ja, das möchte ich jetzt wissen, was das ist. Ich sehe hier auch das. Achso, die Hand ist nicht zu sehen. Die ist nur von vorne. Das ist... Das ist... Ja, was ist das denn? Was ist das denn für eine komische Scheibe? Ja, tatsächlich. Sie müssen Sie sehen können, wenn Sie es jetzt sehen. Aber ich suche. Ich bin ja plötzlich unsichtbar. Aber was ist los? Entschuldigen Sie, wie spät ist das? Ich bin ja nach vier. Danke. Danke. Haben Sie ein Problem? Was ist denn das mit dem Spiegel? Also ich kann Sie sehen. Ich mich nicht. Das kann ich auch nichts dafür. Das ist ja eigenartig. Sehen Sie es? Nee, Sie haben ja auch nicht. Entschuldigen Sie, wie spät ist das? In der Uhr, die für dich in der Minute. Spricht es kaputt. Gegen vier, kurz nach vier. Danke. Haben Sie ein Problem? Ich sehe mich im Spiegel nicht. Kann ich ahnen, wie es war früher. Er tut mich leicht. Tolle Anmache, wirklich. Er tut mich leicht. Anna, Entschuldigung. Sehen Sie mich im Spiegel? Ja. Ich sehe mich da nicht. Ganz einfach. Das ist keine Ahnung. Wahrscheinlich sind Sie ein Vampir. Nein, nicht. Das hat doch doch nichts mit dem komischen Spiegel zu tun. Was ist denn das mit Spiegel? Die kann man sehen und mich kann man nicht sehen. Darf ich mich mal bei jedem dahin stellen? Das ist ja merkwürdig, ne? Sie sieht man und mich sieht man nicht. Hallo. Das habe ich aber noch nicht erlebt. Das ist ein Ding. Ich bin unsichtbar, auch nicht schlecht. Können Sie sich sehen? Nee. Sie können mich sehen? Ja. Ich sehe mich nicht. Jetzt sind Sie wieder weg. Ich würde direkt mal gucken, wenn jemand anders reinkommt, ob das auch so ist. Jetzt sehe ich Sie wieder. Das Ding, ne? Ich komme vom anderen Stern, glaube ich. Das ist mir zwar noch nicht bewusst, aber irgendwas stimmt da nicht. Das fasse ich nicht. Nehmen Sie nochmal die Brille runter. Jetzt sehe ich nur noch den Mantel. Stellen Sie sich mal hier, ob da hier auch das schon noch nicht angeht. Immer zu wem. Das habe ich noch nicht erlebt. Ja. Das ist mir so flitzt. Ja. Kommt die nochmal zurück? Da ist es nicht. Oder ist das erst? Da, das. Achso. Das ist erst. Tschüss. Tschüss. Tja. Ja, 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 ja.